Nein, ich hab's gleich, ich hab's gleich Ah, guck, siehst du? I2 und I2 Hola Amigos und herzlich willkommen zu Ja, genau Ja, ähm Go Simulator, du wolltest gerade Nein, geil Nee, warum? Du kannst eben so gut sagen Also wir sind in Wo sind wir eigentlich? Äh, ich glaube in einem Tunnel oder so Ja, tada Ja, äh, wir sind da, wo wir letztens mal stehen geblieben sind und wir haben diesmal ein etwas Neues, genau, Doppeljump 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 Ja Wir können jetzt doppelt so hoch springen Das ist doch mal was Gutes Genau, okay und wir hoffen, dass ihr jetzt mit dem Zahn auch so klappt Wir haben dann mehrere Stunden verbracht und jetzt zwei Unterzugs Na ja, ja, sechs schon Und ich hoffe auch, dass nicht nur Ich sehe ihn nur so von der anderen Seite Ach ja, diese wunderbaren Schwimmtexturen Okay, ähm Ja, also Achtung Ey, ja Nein, 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 alles Bist du drauf? Ja Mit der Zunge, die Zunge, du weißt schon Du kannst jetzt vielleicht nehmen Komm ich so hinterher Nein 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 Was hast du gemacht? Ich bin runtergefallen Ja Okay Okay, was macht ihr hier so? Ist hier irgendwas los? Also im Wasser Da ist ein Fluss Nein, im Wasser ist übrigens kein Doppeljump möglich Ja Kommt hoch Ey, was willst du denn? Ah ja, genau Wir haben hier das letzte Mal gesehen Das sind hier Schmauselkatz So, und? Und? So, ich muss irgendwo raufkriegen Ey Wo bist du drin eigentlich? In deinem K7 Wo? Weiß, was ist ich Was macht der denn da? Sorry, ich war das Was macht der denn da? Ey Scheiße Scheiße Türen gehen Ja Oh, Karussell Oh, Karussell Ja Kann ich los Hier da Ähm Ja, danke Oh, guck mal wie schnell ist es dann Guck mal Guck mal Hey, ich wäre auch Aufbau Wow Da sind schon wirklich nichts passiert Ich komme gar nicht mehr runter JAAH JAHU Oh Oh, kommst du wirklich Jetzt, die Blunder So, also das Chaos-Holten-Gang kann ich. Ich geh! Und von mir? Hahaha! 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 Was? Wie hast du das gemacht? Keine Ahnung! Ich stand da einfach nicht! Wir bezahlen die alle, um da reinzugehen. Und auch dich? Okay. Okay, und... Double Man! Achso, guck mal! Double Man! Double Man! Und Achtung Wasser! Boah, die ist echt zäh, weißt du? Die verliert überhaupt nicht beim Radio, egal wer die macht. Und das lustiges Mal, man kann immer... Stopp, äh, Double Dump, oder? Ja, klar. Die krieg ich nicht mehr los! Stopp! Nein! Wie? Mist! Ey! Ich kann damit gräfen, wenn die nicht weg ist. Äh, ich hab die nicht weg. Und die? Ah, jetzt wird sie los. Hahaha! Oh! Geil! Geil! Oh! Ich hab das letzte Mal schon einfach gesessen! Geil! Guck dir das an! Ah! Oh! 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 Au! Ja, das hab ich auch für dich gedacht! Achso! So, jetzt höre ich mich noch auf! Die kommen nicht schön zurück! Ne, das ist ein Trophäe übel! Das kannst du nehmen! Da! 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 Mann! Da! Mann! Ich hab überhaupt nicht Zeit gehabt! Ahja! Das waren jetzt nur zwei Minuten! Ähm! Ja, trotzdem! Dann verdient du gern die Zeit! Ja, ich würd auch gern die Zeit verlieren! Okay, gut! Ich will mal versuchen, ob man nicht irgendwie da hoch kann! Okay, ne, jetzt wollte ich jetzt nicht sagen, aber egal! Da will ich auch hoch! Weiß, dass ich mich gerade frage! Guck mal! Was? Gibt's? Ah, es gab doch so Longboards! Stimmt, hier gab's Longboards! Ähm, aufmachen! Ja, ne! Boah! Wie werde ich hin los! Ja, ich lege die jetzt auch noch so ein! Nein! Da war ich auch schon ein Stück! Ähm, Ehm, 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 Ehm... Ehm, 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 doch hier doch hier k k Hahahaha Ach tschüss tschüss Das ist ganz nett Mann, komm schon Jetzt hab ich gleich mal anders gemacht Geh weg Nein, ich sehe Geh weg Geh weg Naja, falsch Und wie viele Punkte hast du? Gar keine Wow, das ist keine Steigung Ja, weil ich gerade noch ganz viel gemacht hab Ok, also Ich hab 2007 Ja, das ist ein Ja, das ist ein Ja, das ist ein Mann! Nein! Das war ich noch nicht mehr. Ohohoho! Mann, ich hab auch gebeten. Ich glaub, wir sind geprobt. Nein, ich hab was gleich, ich hab was gleich! Ah, guck, siehst du? I2 und I2. Was bist du denn? Ich hab was. Geil. Okay, ähm. Ja, ich warte auch immer so auf dem Bus. Also, warte. Jetzt wisst ihr, wie ich auf dem Bus bin. Uh, das ist ja cool. Uh, das ist ja cool. Dann bräuchte ich noch was. Hallo. Ich würde mir gerne mal Eischen kaufen und chillen. Oh, ja. Oh, das ist ja cool. Ah, cool. Springen. Eww. 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 Wohohohohoho. Ohohohohoho. Eww. Eww. Oh ja, ich muss die Kasse aber die Kasse bringen. Beziehungsweise, ich wurde gerade von dem Wasser überfahren, deswegen habe ich eigentlich auch gesehen. So, Alter, wie kommt man hier hoch? Oh, Alter! Ah, ähm... Jetzt! Rein da! Rein da! Hallo, rein! Ja! Ja, ich bin drin! Für mich, ein Aufzug drin. Fada! Oh, stimmt! Oh, du musst jetzt in den Typ, okay. doch nicht die Arbeit jetzt ab ein Mann scheiß sicher Naja Alter, deine Katzen, was geht bei denen? Ne, die sind die Sicherheitsbügel. Die haben mich nicht befestigt. Das ist ein Beispiel. Scheiße. Da wollte ich nicht rein... ...allöchen. Und schluss. Stimmt, du bist hier. Ja, ja, natürlich bist du. Was ist das? Oh, hier ist auch noch die Trophäe. Verdammt. Fünf von einem bereits. Hoffentlich noch in der Folge die letzten zu finden. Ey, guck mal, wie ich aussehe. Ah, weißt du noch, als wir... Naja, das ist jetzt ein Insider, aber... Ist das geil hier? Ja, ich weiß doch. Oh, ja. Ist das geil hier? Ist das geil? Ist das geil hier? Ist das geil? Ist das geil? Ist das geil? Ich weiß nicht, aber... Tja, ich weiß nicht, wo ich nicht vor. Ist das geil? Ja, ich weiß nicht. İm Anfänger ist das geil. 3 solltet er hat mir wieder es gibt noch einen ja in der anderen richtung es gibt noch eine und hier auch hier kann man bestimmt auch irgendwo nein das ist echt ätzend ja was ist das was ist das da vorne ja hier das meinte ich ja das sollen ist wahrscheinlich sowas wie ein rennen oder so das ist ein spiel was capture the flag nein wir spielen jetzt capture the flag ich hoffe ihr kennt es wie cowboys in the indians in minecraft ich weiß aber nicht was ich bin das ist nicht rot oder blau oh ich hab' einen Kornar komm nicht mehr also ich hab' einen blauen Farb hallo ah scheiße okay nein du hast sie schon ja der muss auch von sich sehen nein nein ey das ist jetzt weiß ich bin so nah mit der Band hallo sprichst du mal Mann Mann ich kann nicht drauf nein was du kriegst mich nicht du kriegst mich nicht du kriegst mich nicht du kriegst mich nicht nichtmals nein was ist das denn was war das du hast mich einfach weggekickt guck mal wo ich bin okay gut ich würde jetzt gerne meine Fahne zurücknehmen hast du schon längst oh was für mich okay ich kann dich beschützen nein scheiße was soll ich machen ich muss jetzt warten weil du dann so nah bist jesse wo kommst du Mann du kannst auch einfach auf den zweiten Müllschirm gucken wie sie gemein ja du auch das hättest du nie man sieht aber auch mal was muss man dann machen was hast du denn gemacht keine Ahnung ich habe einfach nur dich gekickt nein Mann ah nein jetzt habe ich keine Chance mehr doch hast du noch er er Nein 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 In einfach nur nein das ist gemein wie war es doch noch nicht daran Ja aber ich komme hier nicht raus bis dahin ah du bist auch in Wasser die dann ich habe es untergekriegt mann ein solches Verhältnis muss ich überhaupt hinbekommen Prozent und das ist ich könnte es genau Ja, dann mach das doch. Nein. Ja, ich habe eine Party hier. Das ist geil. Du kämpf wie ein Mann. Du kämpf wie eine Ziege. Die Ziege kämpf nicht. Doch, die Ziege macht hervor. Hilfe. Okay, lass uns wieder zurück. Ja, komm. Lass uns einfach wieder hier rausgehen. Ja, ich will mal wissen, was jetzt passiert, wenn wir immer noch... Also, ich habe gewonnen. Also, Leute, ich habe gewonnen, weil er ist null abgehauen. Wir haben die Fahrer nicht mehr. Und ich bin weiß und ich kann einfach... Ich kann hier rumrennen, aber die Kamera... Nee, bin ich. Du bist weg. Du hatte ich das letzte Mal, weißt du noch? Weißt du noch? Ja, gut. Also, das war's von dieser Folge. Es bringt eh nicht mehr. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Bis dann. Dann... Ja.